So, wie macht man das jetzt? Ja genau, wir haben hier irgendwie... Ich hab 2.000... ne... 5, ne? Komm, wir machen direkt alles so rum. Ja, und du? Ja, ich hab den dicken Bär. Ja, aber dann will ich den hier haben. Hallo. Dann lass ich den Stopp. So? Nein. So? Nein. Wir sind so blöd im Doppelplatz. Ich soll mal rennen fahren, rennen fahren. Ey, ey, ey. Das ist doch die Achterbahn. Gehen wir das jetzt noch mal hin? Wir wollten eigentlich nur einen kurzen Video. Lass mal gucken. Guck mal, 2.0. 1.8. Dann geht's, glaub ich, jetzt los. Ja, okay. Ja, erstmal hallo Freunde von Nice. Hallo Freunde von Nice. Ja, von Nice. Cassie Wani. Und der Hobbit. Und die Hobbit. Und die Hobbit. Denn die Hobbit. Immer. Die Hobbit. Ich hab heute morgen nochmal nachgeguckt, dass alles gut. Und wir wollten euch. Also nochmal. Hallo Freunde von Nice. Hallo Freunde von Nice. Hi, hier ist Cassie. Und hier ist die Hobbit. Die Wani. Und wir freuen euch heute. Okay. Ja, und wir wünschen euch ein frohes, besundes, erfolgreiches. Ja. Genau. 2018. Dieses wünschen wir aber nicht nur von Hobbit Walik und Cassie Dark. Ja. Sondern wir wünschen das auch von Elke, die Kids und ihrer Tochter Stefanie. Ja, wir sollten auf jeden Fall für euch auch schöne Grüße wünschen. Denn leider wohnen wir über 600 Kilometer entfernt. Und dafür einen Tag da jetzt hier runter zu bauen ist ein bisschen zu weit. Und da haben wir dann gesagt, weil das Schatzchen leider auch heute arbeiten muss, haben wir gesagt, okay, wir schicken einfach mal schöne Grüße auf. Schöne Grüße. Ja. Also 2018. Ja. Ja. Bleibt gesund und munter und immer weiter schauen. Und trotzdem das 2018. Teilen nicht vergessen. Abonnieren nicht vergessen. Und liken nicht vergessen. Also. Ciao. Tschüss. Also noch einmal. Nach noch einmal nova.